War Glück gehabt. Ich glaube ich hab was vergessen. Ich hab den scheiß Würfel vergessen! Ne warte, das gehört dazu. Das hat dazu gehört. Ich konnte den Würfel noch gar nicht bekommen. An der Stelle. Also doch nichts falsch gemacht. Hoffentlich geht er nicht kaputt. Zahl 9, hier tötet er dich. Was ein anderes Problem ist... Ah ja, jetzt weiß ich glaube ich wie es weiter geht. Aber... Problem ist, es dauert jetzt ein bisschen bis das wieder zurückfährt. Ähm... Schwere Aufprall, okay. Okay. Ein Tisch. Hallo, in diesem Fall bringe ich dich um. Wir kam da ein Geistesblitz. Ich steuerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte... Ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Hier muss... Hier muss der Würfel doch gar nicht mehr hin. Mach ich denn! Komm zurück! Komm zurück! Ich mach ein Zeug. Komm zurück! Gibt's gar nicht. Wo muss denn der Würfel hin? Oh Mann! Also Widerlasst! Also Widerlasst! Was war denn? Ähm... Wirst du ja dann gleich seh... Sehen... Was das nochmal war... Dauert nur ein bisschen... Ich weiß, dass ich erschrecke mich auch gleich. Ähm... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, ob du es kennst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen weiter. Obwohl, das geht hier auch schon. Nein! Das war gerade glaube ich der größte Fehler... Schön. Mögen die Spiele... Opsa. Mögen die Spiele beginnen. happy hunger games ich werde mich schon noch früh genug erschrecken ach ich weiß wo du bist du bist beim stampfer bist du beim stampfer ach quatsch ja beim stampfer habe ich mich auch immer erschreckt bringen sie dich um sie bringen dich um oder das macht gar nichts denn ich halte immer noch alle trümpfe alles trümpfe dabei kann ich gar nicht haben spiel und jetzt neue geschütztürme voll funktionsfähig ich weiß ich verstehe raffiniert sehr raffiniert aber auch dumm Und her mit der Würfel. Jetzt versuche ich erstmal alles nass zu spritzen. Das versuche ich sowieso immer. Komm Würfel, krabbeln halt weg. Kein Sinn. Aristoteles. Der Stammfahrt des Todes. Hier kommt der Stammfahrt des Todes. Boah, das habe ich gehasst, ne? Das kann ich mir vorstellen. Weil da habe ich 500 Mal das gehört. Und ich habe es vorhin fast schweig geschafft. Ich habe mich aber auch erschrocken. Was, das dürfte reichen. Muss ich nur ein bisschen was von der... Muss ich den Würfel wiederholen? Ne, warte. Ich muss da hinten noch was verschütten. Ne, muss ich nicht. Kann ich auch gar nicht. Ich stecke gerade gar nichts mehr. Ach, da muss der Würfel hin. Idiot. Jetzt oder nie. Und jawoll. Ja, ich bin auch gleich beim Stammfahrt. Und du hast noch nicht mal das Kapitel. Ein Stammfahrt wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage. Ein zweiter Jahr im Tieftemperaturbereich. Dann zehn Jahre in der von mir geschaffenen Kammer. In der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann zwei Tage. Und dann drei Tage. Super, da bist du ja. Lass mich hier mal eben gegen den Steg loswerden. Das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn es recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Aus dem kommst du eigentlich meinen Versteck gefählten Haare. Versteck, jetzt habe ich es zum ersten Mal getan. Es klingt vielleicht banal. Das heißt dann wohl nein. Meine Güte, was du getan hast. Ah nee, warte, ich muss... Ich bin zu dumm. Nee, das hätte ich nicht mehr schaffen können. Jetzt muss ich das schaffen. Na ja, ab jetzt. Komm, fall nicht runter, fall nicht... Was mache ich denn? Jetzt habe ich nichts mehr so viel von dem blauen Zeug. Ich weiß gar nicht mehr, wo das blaue Zeug hinkommt. Wo kommt denn das... Ach, das... Na... Mein Fehler. Hm. War zu langsam. Anvisiert mich das Turret? Ja. Hallo. Boah, ich konnte noch ein bisschen mehr retten davon. Ja. Boah, jetzt kann ich hier den Knopf drücken. Wir wollen Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in den 6 Minuten selbst. Nein, 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 das habe ich nicht getan. Das habe ich nicht getan. Was dann? Ich bin einfach zur Seite gelaufen und runtergefallen. Okay. Wenn ich hier länger stehen schaue, dann... Ich bin einfach... ...random zur Seite gelaufen und runtergefallen. Oh. Muss man auch mal was schaffen. Drittens, bomben sich verschiedene für mich. Viertens, bomben sich um dich zu bedenken. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Mach jetzt ein bisschen fairer und lassen dir das Nerven hier weg. Das war natürlich nicht mehr hilfreich. Ne, jetzt mache ich es aber gleich richtig. Maximum. In 5 Minuten. Maximum. Oh, Mann, das dauert immer so lange, bis das ganze Zeug wieder zurückgeschoben wird. Gut, put, 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 put. Die Farbe war es. Wow, Glitzung wirklich. Wo ist der Kern? Ja. Aber jetzt. Alle drei. Jackpot. Und es ist nochmal gejumpt zum Schluss. Ich muss kümbleiben. Warte, wie mache ich denn den Boost? Wie mache ich den Boost? 50% Bedürfnungssystem blockiert nach dem Westauklai. Der aktuelle Explosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Moment, doch. Die verdammten Bomben kleben fest. Keiner kann mir sagen, wie ich den Boost mache. Ich muss mich doch da rüberboosten. Oder nicht? Äh. Ach, nee. Ja, dumm. Ich kann mich ja nach oben. Oh, Gott, ey. Und Sack würde ich mal sagen. Jetzt aber. Jetzt kommt das mit dem Todestampfer. Du bist jetzt fast durch, oder? Oder bist du schon? Ähm, ja. Ich bin fast durch. 1, 2, 3. Ahem. Hä? Was denkst du? Kein Sarkasmus diesmal. Part entdeckt. Feuer in der Part-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Ihr tötet er nicht. Alles klar. Das hat sich damit erlebt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. Part-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Part-Auflösungstaste. Ich möchte kein Portal auf den Mond schießen. Ja. Na gut, ich habe woanders auf den Mond hingeschossen, aber naja. Und das Orangeno-Portal war eigentlich auch an einer anderen Stelle. Passte sich eigentlich das Portal die Farbe auch an? Ich habe jetzt das Blaue zum Mond geschossen. Ne, das hast du dann vom Spiel so gemacht. Ich schieß dann auf das Blaue zum Mond. Jetzt bin ich beim Todesstampfer. Oh shit. Motherfucker. Stampfer des Todes. Aristoteles. Stampfer des Todes. Stampfer des Todes. Ah. Ich habe das so oft gehört, bis ich irgendwann im Hintergrund gesehen habe, dass dort eine weiße Fläche kam, wo man dann hinschießen musste. Aber pass auf, jetzt werde ich dran fallen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht mal, wie es hier weitergeht. Da hinten, oder? Oben drinnen. Ah ja, stimmt. Komm. Komm, die tollen Turrets. Mh. Alter, das ist ja so behindert. Das ist noch behinderter als das Schwarze. Das Schwarze ist einfach nur schlecht, aber das ist behindert. Der seitliche. Das ist einfach nur leer. Ist das auch leer? das ist doch nur eine verpackung und das ist wirklich behindert wer auch immer so ein ding kaufen möchte bis auf immer wieder so ein ja noch mal gerettet die 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 jetzt kommt das ich spüre ihn schon an er ist nach der Presse jetzt kommt er ich hab's geschafft ich hab den Standort des Todes ja ich dann auch auf das ist nie gesehen das ist dass man das Portal sitzen konnte Nö 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 Okay warte. Ey das gibt's doch nicht, ich bin doch eigentlich richtig gesprungen oder? Sprung, sprung und dann auf dem blauen Zeichen bumm. Keine Ahnung, warum du es nicht schaffst. Vor allen Dingen, ich denk mir so, hm, bin ich irgendwie anders gesprungen? Du hast wahrscheinlich noch keine Twitch-Alerts eingeblendet, oder? Weiß ich nicht. Twitch-Alerts, wo du Benachrichtigungen kriegst, dass dir jemand followt oder du kannst da auch Donations drüber empfangen. Hm. Können wir ja gleich zusammen einrichten. Ich hatte da mal einen Trick, wie ich dort drüber gekommen bin. Anlauf. Ja, Anlauf ist mir klar. Aber wo muss ich abspringen? Eigentlich hier, ne? Hm. So dass es, äh, so dass du genug Anlauf hast. Hm. Still alive. Once you're gone. Photocredit of Earth. Naser. Space. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wtf. Wtf. So viel Weltraum, ich muss alles sehen. So viel Weltraum, ich muss alles sehen. So viel Weltraum, ich muss alles sehen. Ah. Ich wünsche wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos in Weltraum treibe. Bin weg. Bin weg. Bin weg. Bin weg. Weltraum. Da kann man doch auch ein Portal setzen. Keine Ahnung. So wenn ich mit dem Portal drüber? Ne. Ich bin in Weltraum. Ich bin in Weltraum. Es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch. Und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen. Das kannst du mir glauben. Ende weg. Ende weg. Ende weg. Ende weg. So. Ich weiß nicht. Ich glaube ich mach das jetzt so, dass ich mein Stream beende und dein Stream dann hoste. Okay. Also. Zumindest das von mein Stream würde ich dann sagen. Tschüss. Weil dann hoste ich jetzt den von Max. Weil dann hoste ich jetzt den von Max. Tschüss.